Was geht, Freunde? Willkommen zu einem weiteren Quest-Guide, und zwar diesmal der Prognetor Device Part 3. Mein Englisch ist, by the way, richtig gut. Da geht's darum, dass man einfach so komische Leute findet, die da halt irgendwo gestorben sind. Ich zeige euch kurz auf Taris Island, wo das ist, und zwar hier bei den Osiris-Offices. Sobald ihr dieses Gebiet betretet, habt ihr schon den ersten Teil der Quest erledigt. Und ihr müsst dann hier die Treppen hoch, dieses Gebäude. Das ist dieses Gebäude, wo dieser unendlich lange Glasgang ist, der dann einfach aufhört. Da in dieses Gebäude rein, immer weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Und da oben an der Treppe liegen sie dann schon, die Boys. Und damit ist die Quest auch schon erledigt. Gegen Flotti Karotti ist easy zu finden und schnell hier erklärt. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich lasse gerne ein Like und ein Abo dafür mehr Quest-Guides. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss, ciao und servus. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.